hallo meine freunde wir spielen eine runde elz und das ist die allererste runde im jahr 20 21 ihr wisst ja das findet immer jährlich statt prisma tag so alle gesammelten elementars werden tragen zu elementar buff bei schwergewicht und noch mal eins also wir bleiben mal hier bei unserem fokus und starten das spiel wir haben auch dementsprechend ein paar beute züge dabei hier zu finden einer davon hier das sind hauptsächlich waffen beute züge kann man immer mitmachen ist gar kein fehler so unsere waffen hier einmal ein granatwürfer ein paar mal einsetzen können das ist aktuell hier der stärkste den wir haben von daher jetzt geht's los sehr schön und weggesorben ich würde sagen diese granatwürfe ist der shit na da geht's lang andere ist schon dabei ok weiter geht's wir müssen hier wieder raus und den nächsten miniboss finden vorwärts weg mit euch weg mit euch das ist kein bus nein hat er ganz gut gemacht hier den mit der sniper anzugreifen na so so geht's nicht obwohl doch ah mist irgendwo ging's hier raus schon weg gut wir gehen wieder raus in diese richtung da geht's noch gar nicht rein hier muss man echt schnell sein habe ich das gefühl und weiter geht's und weiter geht's hat einmal umgefallen gut weiter nächstes ziel 200 meter diese richtung nein abgestürzt kann passieren wir steigen wieder ein okay da geht's wieder raus neues ziel eliminiere bosse da haben wir schon einen kleineren das war nichts die stören mich hier ganz schön okay jetzt jetzt können wir machen gut und wieder abgestürzt kann mal passieren oh dankeschön ab nach da oben nächster boss oh nein sammle prämien seid ihr bereit versteckte truhen finden ja die hier sehe ich sieht der andere auch da hinten war noch was dann muss man hier die stadt richtig gut kennenlernen da drin bin ich ein wenig verloren glaube ich wir wollen nämlich hier gar nicht nach unten so ich hoffe mal dass die anderen da hier ein bisschen besser unterwegs sind da geht's nicht lang ah er hat sie da drüben klettert gar niemand rum wir müssen hier aufs dach schnell schnell nein okay kriegen wir die noch das wäre nicht schlecht gewesen okay aber wir haben gut was eingesammelt würde ich sagen hat Spaß gemacht vielen dank wir sprechen jetzt direkt nochmal mit Eva Levante und schauen uns an was es gibt schön hier wollten wir noch was erwerben nein 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 keine freischaltung verfügbar gut gar kein problem wir wollten ja eh zum und hier die sonnenwende beginnt annehmen los geht's los geht's hier das ist die quest sprich mit eva oder eva wie auch immer so schauen wir mal wunderbar sonnenwende schlüssel meditiere an der statue der helden meditieren sehr schön wir sprechen nochmal mit eva levante wie hat es sich angefühlt deine triumphe zu feiern ich hoffe du hast es dir gegönnt all diese momente zu genießen jeder sieg steht für eine zeit als dein heldenmut uns beschützt hat ohne dich würde die letzte stadt nicht mehr existieren vielen dank schrotflinte können wir gebrauchen besiegelbosse sphären und so weiter wir bekommen jetzt richtig viel aufgaben gut hier die wache brauche ich immer noch nicht ersetzen aber jetzt geht's los so 62 da können wir mal was weg 61 und 63 wir müssen diese ganze geschichte hier natürlich anbehalten sondern wenn die kapuze haben wir jetzt schon so weit auf so playlist aktivitäten und so weiter patrouillen verlorene sektoren das will alles gemacht werden und das tun wir natürlich und ich freue mich dass es euch spaß gemacht hat wir sehen uns im nächsten video wieder bis dann und ich freue mich dann und ich freue mich dann